Musik 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 So, so, so. Ich muss nach da hinten kommen, irgendwie. Ich muss da jetzt nicht meine Erde verpuffen. Mh mh. 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 Erde ist wertvolles Gut. Ja. Zumindest ein bisschen, ein bisschen wertvolles. Das stört so, dieses ewige Springen. Kann man das irgendwie ausschalten? Ja, da müssen wir mal in der nächsten Folge irgendwie gucken, dass wir das behoben haben. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt normal ist. Das ist ja das jährlichste überhaupt. Wie das auch im Kampf nerven muss. Ja, das ist im Kampf glaube ich richtig kacke. Gehst du einmal eine Erhöhung hoch und das wirft dich komplett aus dem Konzept. Ja. Uiuiui. Ich weiß auch gar nicht, ob... Kann man irgendwie... Ja. Kann man irgendwo sehen, wie viel Leben er noch hat? Ähm... Weiß ich gar nicht. Vielleicht... Ah, ja. Guck mal, die Eisenachs hat mehr Schaden als das Eisenschwert. Tatsächlich, andere Schaden. No. Das ist ja krass. Und sogar deutlichst mehr. Ja, weil es glaube ich so stark verzaubert ist, oder? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Eisen. Ja, ich habe noch ein Eisen gefunden, aber... Mensch, das ist ja was. Das ist ja was. Richtig große Ohr auf jeden Fall. Okay. Also ich habe jetzt auf jeden Fall nur eine Brustplatte und eine Hose. Kann ich machen. Dann mache ich das mal eben. Dann gehe ich einfach runter da zu den Schlawinern von Zombies und so. Wir müssen das Spiel verlassen. Doch. Mensch. Was macht der denn, der... Der Herr. Unten ist auch Lava. Wenn wir also einen Lava-Eimer machen können. Der ist vielleicht auch nicht so kacke. Ich weiß, welche Taktik bevorzugst du? Wollen wir Schisser spielen, oder wollen wir mal ein bisschen Action bieten? Also... Erst Schisser, dann Action. Wenn wir gut equipped sind, dann können wir Action machen. Hätte ich jetzt so gesagt. Na gut, wir sind wahrscheinlich zu schlecht im PvP. Mann, sterb doch du Kack-Zombie. Ja, wahrscheinlich nimmt der mich auseinander kleine Ruhe an. Entschuldigung. Läuft bei uns. Hast du die Fackeln hier unten gesetzt? Ja. Ja, wie viele Viecher sind denn hier? Wow. Habe ich aber bewusst, das war eine kontrollierte Sprengung, mein Lieber. Ein bisschen ausleuchten. Das können wir ja dann nachher auch wieder alles mitnehmen. Ups. Gold. Dahinten ist sehr viel Eisen. Sehr, sehr viel Eisen. Und noch mehr Gold. Nice. 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 Läuft. Super. Komm, können wir vor anderen einen haben, dann können wir eigentlich mal so ein richtiges OP-Team angreifen. Zumindest alleine. Die denken, ach, easy kill. Man kommt die weg mit seinem Gold-Apfel, mit seinem OP-Gold-Apfel. Weil ich meine, damit ist man ja fast unsterblich, ne? Das ist richtig. Die sind immer noch OP. Ah ne, ein bisschen wurden die geschwächt, aber die sind immer noch ziemlich stark. Okay. Ja, ich denke, ich hätte Bloody Beach 1 auch gewinnen können. Beziehungsweise im Finalkampf gegen Weiß und Domse, hätte ich meine OP... Ich hatte ja drei OP-Gold-Apfel und die habe ich einfach viel zu schlecht eingesetzt. Hätte ich die sinnvoller eingesetzt, dann hätte es vielleicht klappen können. Aber hätte er eine Fahrradkette. Ja, so sieht's aus. So, ich habe nochmal elf Eisen. Das sieht aber schnieker aus hier, mein lieber Mann. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja wunderbar. Oh, hier ist nochmal Eisen. Ah, sehr gut. Ähm, mein Spürzacker geht auch langsam kaputt. Oh, diese Kacksoilettens hier, die gehen mir auf den Sack. Ja, die sind... Ich weiß gar nicht, wie ich hier richtig kämpfen soll, weil die sterben so langsam. Und wenn sich das automatisch jumps da zwischendurch. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt muss mich über alles aufregen hier. Ja, Minecraft, du bist... Oh. Wie... Wie lang will das Ding denn noch... Kann mir doch keiner erzählen. Boah. Ich hau den gleich mit der Axt... Boah, Alter. Ich hau schon die ganze Zeit mit der Axt auf. Hilft dir Leben hat das Ding mich einfach gemacht. Ja, und das ist so ein... Das ist ein Mob in Minecraft. Man, die hat mir damals einfach weggekloppt. Aber... So easy. Nice. Sind hier richtig gekämpft worden, ey. Ja, das ist die schwerste Gegner hier. Nochmal Iron. Hol du das einfach mal. Ja. Achtung, Kühlwerfen. Oh. Und... Eieieiei. Die Höhle ist geil. Die ist richtig groß hier. Ja. Ich hab, ähm, 10 Gold und 14 Eisen. Da unten ist noch Eisen. Äh, in die Richtung. Oh, da geht die Höhle gleich richtig runter. Möchtest du eben mal ganz kurz hochlaufen wieder und die... Und das Zeug holen? Ja, mach ich. Ja. Sehr geil. Nice, nice. Das Wolkenende ist erreicht. Was soll mir das denn hier sagen? Weil ich 30 Minuten aufgenommen habe, oder was? Ich hab keinen Plan. Ich glaub, nach 15 Minuten kommt da immer was. Kann das? Wir sind doch jetzt mittlerweile schon... Wir sind seit 21 Minuten auf dem Server. Ja, ich weiß es nicht. Naja. Egal. Meine Spitzsacke geht gleich kaputt. So, ich hab auf jeden Fall jetzt, äh, alles mitgenommen. Ich komm mal wieder zu dir. Ich weiß echt nicht, wie... Ich hab Angst, dass ich dafür Schiss, Stress bekomme, dass ich, äh, hier diese am Spawn weggenommen hab. Oh, 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 oh. Das geht hier aber tief runter. Hab ich aber schon ein bisschen Schicks bekommen. Ja, das läuft ja. Vor allem, ich hab immer nur Schiss, so wie es sich jetzt anhört. Wir werden das einfach ganz fair gleich, äh, abklären nach der Aufnahme. Oder? Hätte ich jetzt so gesagt. Weiß ich nicht. Das ist halt die Kacke, dass es kein neutraler Projektleiter ist. Ja. Sondern halt ein Mitspieler. Aber warum pläst man denn dann auch so Strohteile dahin? Also jetzt mal im Ernst. Das ist... Naja, naja. Oh, ich hab auf jeden Fall noch 27 Eisen. Ja. Wir müssen hier irgendwie runterkommen. Ich hab auch 200... Wollen wir uns irgendwie auch wieder so... Ach. Ja, das ist... Wie kann man sich am besten hier runterbauen? Ich will fast sagen, wir gehen hoch, holen uns einen Wassereimer und, äh... Oh, ne, Junge. Wenn ich da... Wasser runterfließen lassen. Nicht MLG. Achso. Ja, ja. Ja, okay. Woah. Oh. Scheiß, mein Lieber, ne? Alter. Ähm. Ja, das ist... Das ist eine gute Idee mit dem... Mit dem Wasser. Aber hast du noch Eisen? Ich hab 22 Eisen, aber noch nicht im Ofen, ne? Warte. Warte. Ich stell dich... Genau. So. So. Ja, so ist gut. Jawoll, da ist einer gestorben vom Zombie erschlagen. Yay. Nice, nice. GG. Oh, du... Müsste ich auch direkt hier lustig machen, ne? Ja, wahrscheinlich. Aha, und auch vielleicht so. Hast du die Wirkmalsch mitgenommen, oder? Ah, ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Da. Ja. Jo. Hä? Super, ich hab ne Schere versehen nicht gecraftet. Jonas, stark. Mann. Egal, die können wir auch irgendwann gebrauchen. Ja, wenn wir... Wenn wir ein bisschen... Was macht ein Domse da immer? Domse hat Legs bestimmt wieder. Legs, wie immer. Legs. Oh, hier Pilze. Die nehmen wir mit. Das ist gerade so leise hier alles bei mir. Hast du dich mal ein bisschen... Sag mal was, Satani. Ja, ich... Ich bin noch da. Du bist auch noch bei mir da. Du läufst doch noch hier rum. Sie leiser gemacht, glaube ich. Gärts besser? Ich hoffe. Wow. Gehts wieder runter? Hab ich mal Mainz und irgendwie runtergerillt? Ne. Vielleicht ist auch allgemein einfach so alles leise. Kann das? Ja, kann schon sein. Okay, vielleicht jetzt besser? Ich weiß es nicht. Oh ja. So, ein bisschen Kohle hier snacken. Level dürfen wir auch nicht missachten. Ne. Wenn wir dann so... Jo, ich auch. So, hier. Oh. Das ist eine Höhle hier unten. Das ist... Da wurde schon wieder einer vom Zombie erschlagen. Wieder der? Der ist gleich weg. Der ist gleich raus. Diamant! 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 Ich place erstmal MLG, ähm... Fackelman. Oh, hier sind richtig viele Tiere, ey. Das ist ja mal richtig ekelhaft. Ekelhaft. Wir müssen die irgendwie töten. Ja. Irgendwie töten. Oh, Lapis, Lazuli, alles... Wow. Tatani? Äh, ich bräuchte ihnen Hilfe. Ich dachte aber eigentlich, dass Diamonds gar nicht spawnen. Das war aber gar nicht einfach, ne? Die spawnen anscheinend doch. Oh, oh. Alles safe? Noch ist alles safe. Trotzdem würde ich partnerschaftliches Kämpfen bevorzugen. So. Ich würde sagen, bauen wir unseren ersten Diamanten ab. Geil. Geilo. Matico. Redstone? Mindestens zwei. Oh. Pass auf, dass der Creeper, wenn da einer ist, den nicht weg sprengt. Ja. Ich geh immer vom schlimmsten aus. Mindestens drei. Oh. Vier Stück, glaub ich. Das ist Versorgungstisch, oder? Das ist Versorgungstisch, oder? Das ist Versorgungstisch. Zauberungsstisch. Alter. Nice. Nice. Das geht schon wieder ab. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Nice. Fünf Diamanten. Oh. Geil! Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einen Diamantspitzhacke. Wir suchen uns einen Lavasee. Du hast doch irgendwo schon einen gefunden gehabt, oder? Ja, oben war so eine, also nicht ein See, aber Lava halt. Flüssiges Lava oder Stehnis? Weil wir brauchen Stehnis. Also so aus so einer Quelle raus. Okay, nee, dann wir brauchen auf jeden Fall einen Lavasee, der steht. Weil nur daraus können wir... Wir brauchen ja... Obsidian, ne? Obsidian, ja genau. Drei Stück meine ich. Und wir brauchen Kühe. Huch, 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 wir brauchen Kühe. Ja, stimmt. Okay, warte mal, wir ziehen das jetzt hier aber noch durch, würde ich sagen. Ja, erstmal das noch hier... Hier ist noch so viel Eisen und so. Ich bring das mal alles nach oben, was ich hatte. Ich meine, Spitzhacke ist jetzt auch kaputt. Ich mach dann schon mal die Dia-Spitzhacke. Ja, wir brauchen sie auf jeden Fall. Nice! Das ist schon mal ein richtig, richtig guter Start. Wir wissen ja nicht, was die anderen haben, also von daher... Ball flach halten. Weil ich weiß echt nicht, ob wir das sagen sollen, dass wir die, äh... Das Weizen, aber wir lesen es gleich nochmal. Wir lesen die Regeln einfach nochmal durch. Wenn da irgendwas dazu drin steht. Genau. So. Ich mach mir jetzt eben mal kurz meine Eisenrüstung komplett voll. Danach mach ich dir deine voll... Du gehst mal weg. Skelett. Äh... Ne, was ist das? Ein Zombie. Zombies scheinen an... Sind anscheinend ziemlich hart. Weil der Typ ist ja schon zweimal gestorben, ne? Ja. Ja. Das ist heftig. Wie viel Leben hat man? Drei. Drei, ne? Drei. Müsste gut wie raus sein. Ja. Hahaha. Boah, ich fighte hier wieder mit so einem scheiß Ding. So, was wollte ich gerade machen? Genau, ich wollte deine Rüstung machen. Genau. Ey, das wär schon mal richtig gut, wenn... Oder... Oh. Und wenn jeder noch einen Eimer hat, wär auch gut. Ja, genau. Ich komm jetzt mal eben drunter wieder. Richtig geile Höhle, ey. Richtig geil. Ob es noch Eisen ist? Eigentlich brauchen wir ja schon fast kein Eisen mehr. Also nicht mehr so viel. Ähm... Ach, jetzt hab ich vergessen die Spitzsackes machen. Hier liegt deine Rüstungsattarien. Oh, Gold ist hier noch ziemlich viel. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Sehr geil. Ich finde die Spitzsacken hätten Haltbarkeit haben sollen. Ja. Funktioniert das Backpack? Ja, ich hab das gerade gemacht. Okay. Ach, das ist ein Team Inventar. Oder was? Weiß nicht. Das wär natürlich auch geil. Weil der Stand euer Inventar wurde gespeichert. Das war WG, ne? Ja, mach das mal. Nee, BP. Nee, BP, BP, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen da die... Oh, leck mich. Von wo wurde ich beschossen? Von hier. Ist bei dir da schon was drin? Im Backpack? Ja. Okay, dann ist das eine Team-Chest quasi. Oh, ich habe einen Bogen bekommen. Nice. 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 Ey, wie wird... Zatani, pass auf. Ja? Wir werden heute und morgen auf jeden Fall noch einen Verzauberungs-Tisch fortbekommen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich mache mal dein unnötiges Zeug da raus und mache stattdessen einfach mal Eisen, Diamanten und den ganzen... Genau. Und dann können wir mit dem Zeug Leute direkt mal angreifen. Genau. Wenn die Friedensphase vorbei ist. Vielleicht filmen wir tatsächlich Leute. Und dann haben wir noch Überraschungsmoment. Weil keinem Angriff da rechnet. Ja. Wir haben immer noch keine Spielzeile gemacht. Kommst du gleich hoch? Also, dass du dich ein bisschen beeilst in der Höhle, weil... Ähm... Ja. Ich bin eigentlich fertig. Okay. Soll ich die Fackeln einfach stehen lassen da? Ja, natürlich. Okay. Okay. Dann komme ich hoch. Wollen wir hier irgendwo ein Feld einrichten? Schon mal? Ja, würde ich auch sagen. Das sollten wir ja nutzen auf jeden Fall. Okay. In der Friedensphase darf eh noch nichts zerstört werden. Also, es ist gar nicht immer so kacke, wenn wir jetzt schon eins direkt machen. Wobei, das wächst ja eh nicht, wenn wir nicht da sind, oder? Ähm, wenn das Server anders wächst. Oder nicht? Achtung. Ja, ich meine schon. Ich meine nicht, weil Chance muss noch...